Also das ist halt trotzdem, ich wollte mich so verwirrten auf den Leuten machen. Ja, ich bin auch verwirrt. Ja, und das ist halt so eine Utopie, Berlin nach Mallorca umzuziehen und wir wissen vielleicht, dass es so unmöglich ist, aber trotzdem wollen wir das halt weitermachen und sehen, was passieren kann. Und deshalb brauchen wir die Unterschriften, damit es dann eine Volksabstimmung geben kann und sehen, was passieren kann. Aber es künstlerisches Projekt, ja halt so. Berlin nach Mallorca. Genau. Und was ist mit Mallorca dann? Dann haben die die ganzen Flüchtlinge oder was? Ja, dann schauen so. Ne, also das wäre halt, wir müssen ja zuerst halt hier eine Abstimmung machen und dann sehen, wie viel das kosten würde, halt da die Stadt zu bauen und so. Ja, da würde es auch arbeiten geben. Genau. Also, I'm ready to move to Mallorca. I really said. Ja. Würden Sie gerne untertreiben so? Ohne Konsequenzen, nicht, dass Sie... Morgen kommt jemand... Koffer packen. Andere Wäsche in die Pfeiler. Ehrlich? Ja. Ich habe nicht hier eingeschrieben. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Super, super. Kurze Frage. Ja, was soll das darstellen, was Sie hier machen? Also, die Idee wollen Sie sehen? Ja. Weil wir, also, Berliner Mallorca sind hier. Weil die von Berlin nach Mallorca kommen ziemlich. Genau. Ja. Also, die ganze Stadt, Berlin nach Mallorca. Also, die Stadt, um die Leute. Ganz kurz. Hallo. Hallo. Ja. Coulda Spring Link. Oh, was soll das doświad geÄllet hat in der Bibliothek? W Sachen nach N NAS MINUS. Dann in der W